Hallo und herzlich willkommen, ich glaube zum sechsten Teil jetzt schon, des Katzenspiels. Und wir sind jetzt in Katzenhausen angekommen, wie es scheint. Sollen wir einen Brief in den Briefkasten werfen? Nein, wir haben nämlich keinen. Und deswegen schauen wir mal weiter. Mal sehen, ob wir da... Hey, stopp! Äh, ja? Du, Mensch! Was hast du hier zu suchen? Sprich nicht, komm einfach mit mir. Ähm, spar dir deine Worte für unseren König. Okay. Also ich bin nicht ganz freiwillig hier, ich bin hierher gedient worden. Mensch, willkommen zur Katzeninsel, zu den Katzeninseln. Der König sitzt vor dir. Wir haben keinen von dir seit einiger Zeit gesehen. Trotzdem, ich muss zugeben, deine Ankunft hier überrascht mich nicht sehr. Ja, du hast richtig gehört. Ich hatte eine... So eine Vorahnung, dass du kommen würdest. Ich denke, du bist meinem neuesten Untertan hierher gefolgt. Ja, ja, ich wusste, dass das passieren würde. Und jetzt denke ich, du willst, dass er zurückkommt. Nun ja. Das ist so ein Pech. Katzen sind nicht dafür gedacht, dass sie mit Menschen leben. Wir haben diese Lektion auf die harte Tour gelernt, vor Generationen. Deswegen sind wir hierher gezogen, um in Frieden zu leben, fort von euren Misshandlungen. Tobi kommt nicht zurück. Ich werde ihm nicht erlauben, zurückzukommen. Und er will es auch nicht. Jetzt gehe auf den Weg, den du gekommen bist und störe nicht den Frieden meines Königreichs. Ich werde meinen Wachen anweisen, das Portal zu öffnen und zu verschließen, nachdem du durchgegangen bist. Und diesmal wirklich fest. Die Audienz ist, ähm, vorbei. Hau ab. Ähm. Ja, aber, aber... Wir haben doch den Tobi nie schlecht behandelt. Ähm. Was soll ich denn jetzt machen? Ich glaube, hier ist nicht mehr viel zu holen. Mysteriöse Katze. Mika, nein, warte, geh noch nicht weg. Du kannst noch nicht fortgehen. Was der König gesagt hat, war nicht wahr. Ich meine, das, ähm, für den meisten Teil war es das, aber der Teil von Tobi, der nicht mitkommen will. Nein. Er ist nur ein Schatten seines Älteren selbst, wenn er nicht mehr mit dir leben kann. Ich, äh, kann nicht zulassen, dass das passiert. Bitte, 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 du musst etwas tun, wenn du nur den König überzeugen könntest, dass du weißt, wie man Katzen gut behandelt. Vielleicht kannst du Katzen hier helfen, wenn du die Unterstützung der Öffentlichkeit hast. Ah, ich gehe besser zurück, bevor sie, ähm, bevor sie, ähm, bemerken, dass ich, äh, rausge... äh, mich rausgeschlichen habe. Viel Glück! Naja, dann überzeugen wir doch mal den König, dass wir, ähm, dass wir wissen, wie man Katzen gut behandelt. Warum bist du noch nicht gegangen? Verschwinde von hier! Ja! Ähm, vielleicht muss ich erst mal rausgehen und dann, ähm, und vielleicht andere Katzen treffen. Äh, hm. Eine Katze, zwei Katzen, rote Katze, blaue Katze. Oder lila Katze, denkst du nicht auch? Ja, also die... Nein. Ich weiß nicht. Ich, ähm, hecke garant ganz bestimmt nicht irgendwelche Computer. Ich nicht. Besonders nicht den vom Katzenkönig. Oh, da ist eine E-Mail. Ich bin völlig unschuldig. Hey, warum schaust du mich so an? Ja, ich glaub dir, dass du keine... keine Computer-Hacks, dass du keine E-Mails ausspionierst. Ich glaub dir, er ist voll und ganz. Oh. Oh. Ich würde gerne... wieso haben wir alle Katzentüren verschlossen. Kann ich mit dir vielleicht reden, oder ist das auch nicht in Ordnung? Soll ich mit Schachteln spielen, oder auf einen Baum klettern? Entscheidungen, Entscheidungen. Hm. Oh, also, da soll ich wahrscheinlich über einen Brief reinwerfen. Oh, ein Friedhof. Ja, das gab eine Katze, das du nicht kennst. Okay. Naja, wir laufen jetzt erstmal hier runter. Hm. Oh Mann, das ist ja riesig. Okay, ja. Hm, das dachte ich mir schon. Ich hab keinen Brief. Wie soll ich da... ...einen Brief reinwerfen? Am Wochenende ist nichts gegen ein schönes Bad. Es geht nichts über ein schönes Bad. Hm. Ja, da könntest du recht haben. Okay, dann, also, die Katzen sagen hier allerhand nette Sachen. Ist hier irgendwas Interessantes? Also, irgendwie ja nicht, ne? Kann die wahrscheinlich verschieben. Ähm, du schiebst gern Schachteln? Denkst du, ich sollte es auch mal versuchen? Ähm, ja. Ja, gerne. Wir können jetzt zusammen Schachteln schieben. Ähm, ich frage mich, wie oft ich, ähm, in diese Box hineinspringen und wieder rausspringen kann. Ja. Hm. Ich bin hier draußen im Park, aber ich bleibe lieber drinnen und spiele Videospiele den ganzen Tag. Und du, was machst du so schönes, äh, wenn ich dich mal zu fassen kriege? Hier ist mein Lieblingsort. Hier, lass meinen Platz alleine. Mein Platz war mal viel weiter nördlich, aber da war es kalt, also bin ich hier nach unten gezogen. Okay. Dann, äh, sehen wir uns mal um. Weiter um. Waren wir hier schon? Weiß gar nicht. Doch, das ist die Katze. Ah, das ist die Katze, die gerne ein Bad haben wollte oder die gern badet. Wie komme ich hier jetzt weiter? Also hier muss es doch auch noch irgendwie weiter gehen. Kann ich hier lang? Ui, ich kann hier rein. Ähm, hallo? Das ist die Katze im Bath-Haus, die schläft. Kann ich da dann durch? Hey, geh nicht einfach rein! Ähm, eigentlich egal, geh rein, wenn du willst. Wird die aber nicht sehr gut bekommen. Ähm, warum denn das nicht? Naja, siehst du, normalerweise haben wir ein wundervolles, heißes Bad hier, wo du baden kannst, äh, bis du vollkommen zufrieden bist. Aber im Moment haben wir das nicht, das Wasser hat einfach aufgehört, ist einfach aufgehört zu kommen und ich weiß nicht warum. Ich hatte jemanden, der sich da drum kümmerte, aber jetzt ist er in Ruhestand und jetzt liegt er nur noch am Pool rum. Ähm, du kannst ihn, ähm, am Pool dort finden. Also bitte frag ihn, wie man dieses Problem löst. Okay. Das kann ich ja machen. Das mach ich sogar sehr gern. Hallo. Hey, nicht spicken! Äh, nicht, äh, ja. Also ich kann wahrscheinlich hier raus. Äh, wer liegt denn hier so faul rum? Bist du das? Ach, das sind die Duschen. Zumindest die Duschen funktionieren. Hm. Das sind sehr reinliche Wesen. Ich meine, das sind Katzen generell. Äh, das sieht mir aber nicht nach Rumliegen aus. Keine Zeit, ich muss trainieren. Ähm. Hm. Hier irgendwo. Hm. Oder bist du das? Der Pool draußen ist voll, aber der ist viel zu kalt für mich. Und du? Moment. So. Ich hätte lieber den, äh, Pool wieder voll neben einem leeren Pool zu sitzen. Das, ähm, ist einfach, gefällt mir einfach nicht. Natürlich, alles, was man zu tun hätte, ist den, ähm, Brunnen zu, freizulegen, wo wir das Wasser herkriegen. Das ist der alte Brunnen, der neben dem Ost, äh, neben dem Ost, äh, neben dem Ost, neben dem Ost Katzen Schrein. Kennst du den Ort? Und? Oder der Daierk luxeuert. Oh, mein Mann. Mal sehen. Also irgendwie so Katzenstatuen habe ich ja gesehen. Hallo. Irgendwie hier, also da ist der Friedhof. Und da ist... Dann latsche ich hier mal hoch. Ja, vielleicht hier? Hm. Also hier ist das Portal. Du musst immer noch etwas tun. Aha. Ja, ja, ich weiß auch, ich wollte auch nicht gehen. Ich wollte nach dem Brunnen suchen. Ja, hier geht es zum König rein. Der wird mir wahrscheinlich nicht helfen. Äh. Hier ist nichts. Moment. Mal sehen. Oder laufe ich in die ganz falsche Richtung. Ah, da. Okay. Du kannst den Grund nicht sehen. Vielleicht kannst du runterklettern, wenn du ein Seil hättest oder sowas. Oh, ein Seil, also. Die Sache ist also klar. Wir müssen ein Seil finden. Und dieses Seil werden wir finden. Das steht außer Frage. Aber erst im nächsten Teil. Und bis dahin verabschiede ich mich schon mal. Tschüss. Miau.